Wir als Bibliothek sehen uns als Kommunikations- und Informationszentrum nicht nur zur Bücherausleihe. Und schauen Sie mal, wie gemütlich ich hier in meinem Sessel sitze. Also kommen Sie her, treffen Sie sich, unterhalten Sie sich. Haben Sie einfach Spaß an dem, was wir zu bieten haben. Ganz neu in der Bibliothek haben wir jetzt für Sie zum Ausleihen von Juli C. Lehre Herzen. Niegelnagelneu ist auch von der Rita Falk-Kaiserschmarrn, von Jens Henrik Jensen-Ochsen und auch ganz neu Feuer und Zorn im Weißen Haus von Donald Trump. Ja, auch für die Kinder gibt es in diesem Jahr viel zu entdecken in der Bibliothek. Und am 27.03. startet wieder unsere beliebte Vorlesezeit. Diesmal gibt es Ostergeschichten für die vier- bis sechsjährigen Kinder. Und dann ist der Höhepunkt die Lesenacht am 20.04. Da wollen wir mit euch ins alte Ägypten reisen. Wir haben auch für unsere Benutzer aktuelle Bücher und solche Dinge wie Game of Thrones als Buch, als Hörbuch, als DVD. Und wer will sich das bei den Preisen schon kaufen? Sie können das bei uns ausleihen. Und ich hoffe auch, dass Sie so viel Spaß am Lesen haben wie wir.